Hallihallo, hallöchen, mein lieben Freund und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront, mein lieben Freund, der, und wieder mit einem, ach, ich bin der Onkel, und wieder mit einem Start ist der Rivano. Ja, hallo. Das, äh, ne, das ist nicht, der Esel nennt sich zuerst, sondern das liegt einfach daran, dass ich mich sonst vergesse. Ia, Esel. So, heute geht's ins Überleben. Überleben auf Tatooie. Sollen wir runterzählen, 1, 2, 3, und dann draufgehen, oder bist du schon drauf? Bin schon drauf. Ah, okay, was haben wir denn da? Überleben auf Tatooie, Tatooie, na, die ganze Zeit ist. Überleben auf Sulus, Überleben auf Endor, und was? Ich würde sagen, wir fangen oben links an, auf Tatooie, Tool, Klick, Klick. Ja, muss mich hier einladen. Okay, was müssen wir denn hier überhaupt machen? Ja, das ist die Beta-Map, ist das, das ist die gleiche. Die Missionen, welchen Überleben. Meister, die Missionen im Schwierigkeitsgrad normal, schwer und Meister. Ja, machen wir erstmal normal. Na, nix erstmal. Ich will auch ein bisschen weiterkommen, mal. Wer denn ständig im Singleplay rumhängen möchte? Ja, da machen wir alles auf normal, okay? Naja, klar. Okay. Also alle fünf werden wir nicht bekommen, weil die muss doch Meisteroptionen machen. Dinger machen. Okay, Partner-Koop. Ja, lad mich ein. Und ich lese wieder vor. Missionsauftrag, lieber Kriwano. Oder zu, ist das mal drücken? Ja. Nach einer waghalsigen Flucht vor einem Angriff des Imperiums, findest du dich in einer trostlosen Schlucht auf Tertuni wieder. Admiral Aqaba hat eine Rettungsaktion angeordnet, aber die imperialen Truppen nähern sich mit beängstigenden Geschwindigkeiten, deiner Position. Du wirst kämpfen müssen, bis Hilfe eintrifft. Möge die Macht mit dir sein. Okay, dann werden wir mal kämpfen, bis die Hilfe kommt. Findest du eigentlich, dass die Grafik noch besser geworden ist? Zu dem, was in der Beta zu sehen war? Die war ein bisschen, in der Beta war so ein bisschen verschwommen. Das habe ich das Gefühl gehabt. Okay. Ja, ich habe auf jeden Fall Plünderer. Oder was sagst du? Du musstest aber auch mal deine Meinung sagen. Also ich kann nur sagen, ich finde es auch ein bisschen flüssiger läuft es. Und natürlich die Steuerung haben es so bearbeitet. Also auch mit dem Fliegen und so. Das war viel, viel einfacher. Das war viel, viel einfacher? In der Beta war es halt schwieriger. Okay, Video. Bin ruhig. Hey, gehen wir. Boah. Also diese Videos haben so viel Potenzial. Wahnsinn. Wahnsinn. Der Macht sei Dank. Wir haben ihre Abstoßstelle geortet. Aber es scheint, das Imperium ist vor uns bei ihnen. Verteidigen sie sich. Bis wir sie erreichen. Bereit, Mann. Okay. Bereit, Mann. Also wir bleiben auf jeden Fall zusammen. Und wir müssen jetzt, da oben haben wir plus fünf Gegner. Fünf plus. Welle eins. Oh, die haben die Wellen erhöht. Das war aber letztes Mal nicht so viele in der Beta. Kannst du dich noch daran erinnern? Sehr schön. So, mein Freund. Was haben wir denn? Hä? Was ist denn das? Oh, oh. Das war's. Ja. Ich versuche jetzt immer Tokens zu sagen. Die gibt es ja gar nicht mehr unten. Was versuchst du? Ach. Ach, Onkel. Ist gnädlich, ist er, ne? Höhöhöhöh. Höhöhöh. Höhöhöh. Ah, ich hab Ionenschuss. Ionenschuss hab ich. Da kann ich dann auch, äh... Ich hab Granaten runtergebrochen. Weißt du, was schön ist? An KI. Dass die, äh... Die Granaten nicht so ausweichen. Das ist blöd, dass ich keine Granaten habe. Ah, hast du nicht ausgesucht? Gab's keine. Ach so, schade. Bergungsobjekte, wir sollen Objekte bergen. Das gibt nochmal Bonuspunkte. Bergungskapsel, komm schnell hin. Geil. Aber die haben die Karte ein bisschen vergrößert. Die ist hier an der Seite hochlaufen und so gab's vorher auch nicht. Die eine ist geboren. Okay, das ist jetzt meine oder die Waffe hab ich jetzt wieder. Ja, die müssen wir verteidigen. Ja, ach so. Irgendwo muss jetzt der AT-ST kommen. Oh nee, ehrlich gesagt. Da hab ich die Waffe dafür. Um abzuknallen. Da, ich hörne. Scheiße, fü- Ah, da ist er. Oh, toll. Ah, ja. Oh, oh, oh. Scheiße, wohin? Der hat die ganze Deckung zerballert, der Affe. Die Rettungskapsule ist unter unserer Kontrolle. Oh Mann, ich bin in den Berg unter dem. Boah, der macht überhaupt keinen Schaden, die Scheiße. Ne. Ich muss hier hoch. Oh. Die Wegmarkierung hätten so ein bisschen... Oh. Wie komm ich jetzt hier hoch? Boah, immer noch nicht der Mars. Ich kann den Onkel grad nicht helfen. Ah, da hinten muss ich hoch. Das sind drei Dinger zum Einsammeln. Da geht kaputt, jetzt ein bisschen. Ja. Ein Schild. Oh, Laserturm. Aber wir haben kein Bergungsobjekt. Hast du nur eins da stehen? Das ist aber doch gerade fertig, das Bergungsobjekt. Ne, aber da steht immer noch 0 von 5. Was hast du denn da stehen? Wir müssen da hinten. Das ist, äh, ein Leben ist das. Müssen wir schnell einsammeln. Boah, schön. Alle erledigt. Alle drei erledigt, ey. Ich hole mal ganz schnell die Lebensenergie hier. Äh, komplett. Jetzt können wir einmal mehr sterben. Extra leben. Oh, die haben Scharfschützen. Achtung. Terminator haben die. Ah, die Granaten sind imber, also. Cool. Ah, guck mal, da. Das war der letzte. Geil, die Steine prallen sogar ab. Also, da ist richtig Erdrutsch und so. Aber wir haben immer noch 0 von 5. Das gefällt mir nicht. Hast du auch 0 von 5 da stehen? Bei Bergungsobjekten, Onkel? Ja. Okay, aber wir haben doch geborgen. Sehr merkwürdig. So, stirb, du Idiot. Mensch, doch, mach auch wieder Waffe hier. Boah, hier sind ganz viele. Ganz viele, aber auch tot. Den habe ich gerade voll zerstört. Boah, läuft eigentlich. Boah, das auf extra oder mega schwer. Ich glaube, das... Ich glaube, das wäre ziemlich heftig. Natürlich besser. Die haben die Position einer weiteren Rettungskapsel identifiziert. Komm. Ihre nächste Welle ist eingetroffen. Ja, das war gut so. Sonst haben wir ja gar nichts zu tun. AT-ST nähert sich. Komisch, dass wir immer noch 0 von 5 haben. Irgendwas haben wir da falsch gemacht. Ach, wir müssen hier im Kreis bleiben, bis die... Nee, wenn wir zu weit weggehen, hört sich dann... Hört das dann auf zu piepsen oder was? Keine Ahnung. Oh, oh, oh. Boah. Oh, die haben AT-ST dabei. Ja, das ist schon. Scheiße, ey. Das stinkt immer noch. Ich muss die Togens einsammeln. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, Granaten auch noch drauf. Komm. Ich habe keine Granaten. Nee, ich habe doch gerade drauf geworfen. Ich habe doch gesagt, ich habe jetzt... Du hast den einen Laser geschossen und ich habe die Granaten noch drauf geworfen. Komm schon. Ah, das Versorgungsding hat was. Hier, nimm, schnapp dir was. Ich habe Panzerfaust. Boah, zerstört. Ich habe eine Annäherungsmine. Okay, da hinten ist ein neues Herz. Aber wieso kriegen wir denn Bergungsobjekte hin? Ich verstehe das nicht. Mein Gott, ist doch jetzt scheißegal. Mach doch einfach. Ja, aber ich wollte... Ich will ja die Punkte abschließen. Oder geht das nur wieder im Singleplayer? Keiner. Ich habe auf jeden Fall eine Annäherungsmine. Wenn die gleich kommen, verarsche ich die. Oh, was ist das denn? Wenn da gleich einer reinrennt, der ist dann sofort tot. Ah, schön, schön. Weint ist die Reichweite unserer Scanner. Komm mal mit, hier hinten in Deckung. So, ich schmeiße mal ein paar Granaten. Ich bin hinter dir, vor dir. Oh, schon Ende? Easy. Easy. Ich und Onkel sind halt die ultimativen Star Warsler. Bereit machen für nichts. Diehst du zum rechts und ich links? Das sind nur diese Netzteile. So, hm. Für die Dreiecksdinger sind das. Cool. Diese realen Einheiten haben Zielsuchraketen. Mein Dreieck ist halt einfach nicht so... so... so brauchbar. Ich habe Ionenkanonen oder sowas. Weißt du? Aber klar, ich nehme alles mit. Eine Ladung. Oh, die haben Jetpacks. Oh, sind es da oben? Guck mal. Das ist da in der Luft schwebt. Moment. Wo? Oh, Mon Calamari, meinst du? Und der Sternzerstörer? Oder was meinst du jetzt? Weiß ich, was das ist da oben. Versuch mal hinzuschauen. Die Raumschiffe, ne? Nee, da kannst du was einsammeln, ja. Hm, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, sammeln sie alle. Ah, guck mal, ich habe ein Bergungsobjekt. Ach, das sind die Dinger. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay, da müssen wir die noch sammeln. Die sind versteckt halt, ne? Ja, ich habe schon einen gesehen. Ah, ich sehe da einen, ich sehe da einen. Da oben. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Na, da musst du sofort anfangen mit denen suchen, weil... Die Reil-Dinger, die sind ja so schnell weg. Die sind noch nicht weg, die sind doch da. Bleiben da. Ja, aber, weißt du, weißt du nicht, was ich meine, ne? Ähm. Oh, gehen wir zu der Kapsel. Ja, ich habe einen. Ha! Bin ich gut, oder was? Zwei von fünf Kristalle, wir müssen die alle holen. Ja, ja, geh du zur Bergungskapsel. Bin ich doch schon. ATSC nähert sich ihrer Position. Na, fuck, drüber gesprungen. Neuer ATSC gehofft. Aber ich habe ein Problem. Warum? Ja, weil der ATSC auf mich schießt. Oder der AT-AT. Ne, ATSC, so. Na, was mache ich denn? Weiß ich nicht, aber du könntest mir ruhig helfen. Ich bin gleich tot, ey. Meiner heilt sich nicht. Ich habe es gesammelt, ja. Komm mal. Ich heile mich nicht, warum heilt er sich nicht? Äh, tot. Kann mir nichts machen. Meiner hat sich die Energie nicht aufgeladen. Echt ärgerlich. Geben sie nicht aus. Sie können diese Wachstum immer gewinnen. Ja, die haben überhaupt nichts an der Oberhand hier. Ja, ich bin da. Ja, wir müssen zusammenbleiben. Koste wat wolle. Ja, manche wusste dich halt auch trennen. Geht halt net. Ja. Aber... Scheiß ATSC da, der war böse. Ach, die kann man so hinlegen, ja. Die sind so dumm. Äh, wie sieht's aus? Ähm... Ich hab ein Schutzschild, ne? Das ist auch gut. AT, AT, das ist noch da rum. Bleibt noch da rum. Okay, dann müssen wir den holen. AT, ST, wo bist du? Ich find die Geräusche so geil, die der macht. Krieg ich sofort Bock auf den... ...auf den Film, ja. Ich hab noch so'n Ding gefunden. So'n Berge, das ist kack. Ah, okay. Na, ich versuch grad den AT, ST kaputt zu machen. Aber mein Laser... Ah, er ist kaputt, okay. Ich hab noch einen AT da. Die Scanner zeigen eine weitere Welle von Feinden. Hast du, äh, noch so'n Kristall entdeckt? Hab ich das Ding jetzt gesehen? Ja, hab ich den gesehen. Brauchen noch zwei. Scheiße, hab ich den gesehen? Keine Ahnung. Ihre nächste Welle ist eingetroffen. Ich hab ein Herz gesehen. Da oben, da hinten, da oben. Kann man die auch abschießen? Ja, hol den. Kommt die doch mit her? Du hast ein Jetpack, ne, zum Fliegen. Ich weiß. Ach, da ist er. Ich seh' ne. Ich hab mal das Herz geholt. Ah, hab's gesammelt. Schön, noch einen. Wo ist der letzte Scheißer? Ist immer so das Blöde an so'n Ding. Weil wenn einer fehlt, dann hast du das ganze Ding nicht. Und das ist echt mies. Das sind doch nur Bonus-Objekte. Ja, aber es bringt ja trotzdem was. Für die Sterne, für alles. Und gucken. Ich will schon ganz gerne alles immer einsammeln. Ich find das immer... Hat ja auch Bedacht gemacht. Warum bin ich jetzt immer noch so versteift auf die Tokens? Ich hab keine Ahnung. Ich renne immer zu den Gegnern hin und versuch das alles zu sammeln. Ich weiß nicht. Erklär mir das. Ich weiß nicht. Erklär du es nicht. So. Die haben unsichtbare. Übelknübel. Komm, wo ist dieser Scheiß letzte noch? Imperiale Einheiten im Kampfgebiet. Scheiß. Ich seh schon kommen, wie wir vermasseln das, weil wir den letzten nicht gefunden haben. Ich such den grad überall, aber... Ja, ich auch. Irgendwo oben wird der sein. Oha. Ihr kleines Schweinchen, ey. Ja, zwei hab ich schon erledigt. Warum findet man denn so schlechte, ey? Gibt's... Guck mal, kann man die Map nicht vergrößern? Die sind nicht wieder auf der Map eingezeichnet. Denk ich mal nicht. Das sind hier so Suchobjekte. Guck grad. Du kannst auch ranzoomen mit der geilen Waffe, ne? Kannst du noch mal ein bisschen genauer gucken. Alles? Sorry, aber das einzige, was ich hab, ist ne geile Waffe. Äh, einziges, was ich nicht hab, ist ne geile Waffe. Okay. Oh, wer sch... Ich finde nicht. Ich hab's. Hast du? Mhm. Hey, ich werd ja grad saugeil. Echt geil. Boah, jetzt... Jetzt können wir uns suchen, dann können wir zusammen prügeln hier. Wo bist du? Wir haben eine Versorgungskapsel für Sie abgesetzt. Freut mich. Ah, da bist du ja... Ich hab Onkel gefunden. Yay. Rettungskapsel geordnet. Rück zu ihr vor. Oh, die ist ja ganz in der Nähe. 20 Meter nur. Der Feind ist in ihrer Zone. Bin unterwegs, Sir. Ja, komm mal zu der Kapsel. Wir sichern das Gebiet um die Rettungskapsel. Hm, das sind halt diese Atomschläge. Der At-St ist wieder da. Boah. Hier ist nicht nur At-St-Alarm. Boah, jetzt werden die aber nervös, die Jungs, ne? Onkel, hinter dir. Hast du irgendwas, um das große Ding wegzuballern? Ja. Irgendwas, was sich gute Waffe nennt? Na ja, gut. Haben wir schon einen Bonus jetzt? Ja. Wir haben das Gebiet um die Rettungskapsel gesächert. Komm schon. Ja. Weiter, weiter, auf Sie! Boah, was ist das? Oh, ist okay. Ich kann die Granaten wenigstens rausballern, weißt du? Oh, Blasterkanone. Ah, geil, guck mal. Bom, 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 ja. Schönes Gerät. Aber die größte Herausforderung kommt noch. Wie die größte Herausforderung kommt noch? Sind die bescheuert? Ah, da ist ein Herz. Komm, 70 Meter. Holen wir uns. Ich glaube, die größte Herausforderung für mich und Onkel war es... Geht doch mal noch so ein Ding rum. Ja, kannst du einsammeln. Die größte Herausforderung... Geht in die Schöpfle, kein Platz mehr. Ich fand die größte Herausforderung war, ich hole das Ding. War die Dinger zusammen. Ich weiß, ich weiß, was das Keller. Was gibt's? Ah, super Scharfschützen, hä? Du kannst auch die Geschütztürme noch nehmen. Mhm. Wow. Wow, geil. Oh, was war das? Gegner besiegt. Ich sehe nichts mehr. Die haben mich geblendet. Wo ist der Onkel Doktor? Ich bin hier am Ballern. Ey, wir sind gut, ey. Wir sind verdammt gut. Okay, jetzt kommen noch zwei Wellen. Ich denke, die letzte kommt vielleicht so ein ganz fetter. Ach, scheiße, das ist ja dieses Ding. Oh, Achtung. Nochmal Glück gehabt. Achtung auf deinen Lebensnacki. Oh, zurück in die Schlacht. Ja, ja. Beide gleich ausgeschieden. Terminator. Ausgeschaltet. Oh. Tod. Die Schwarzen gehen mir, die sind echt übel hier. Ach so, Nahkampfangriff, weißt du, wie geht, ne? Fürs Erste ist es vorbei. Onkel? Was? Den Nahkampfangriff, weißt du, wie der geht, ne? Mit R1, ne? Versorgungskapsel abgesetzt. Oder R3 ist das, ne? Den dicken... Ne, meine... Was, nö, echt? Den dicken Knüppel, ne? Kannst du mit der Pistole schlagen. Okay. Jetzt kommt die letzte Welle, die letzte, die letzte Frikadelle. Wir übernehmen die Rettungskapsel. Oh, ATS-T, na klar. Scharfschütze da hinten erledigt. Oh, ich hab da eine schöne Waffe für den. Und? Badadadadadabam. Hat der wieder nicht. Oh, sind zwei. Ne. Das ist nur der Fette, der da in der Luft ist. Boah, jetzt kommen die mit alles, was... Oh, nein! Wo bin ich? Komm wieder hoch. Wir haben Rettungskapsel gebaut. Ach, toll. Ich bin wieder vom Berg runter geplumpst, ja. Kann der Onkel wieder die ganze Party alleine machen? Ob ich die jetzt wirklich haben will, die Party, weiß ich eh nicht. Oh, ja. Kannst du den kurz kaputt machen? Ich weiß nicht wen. Den ATS-T, der gerade mich anvisiert, ja. Das ist kaputt. Ah, ich bin nicht gestorben. Oh. Wieder am Start. Oh. Klar, gewinnen wir die Schlacht. Ich gehe mal noch nicht auf. Hallo? Sind bei euch kaputt. Nicht schlecht. Sie haben das Hyperium zurückgeschlagen. Was? Das war's schon? Dann holen Sie jetzt ab. Das war's? Oh. Wow. Wow. Schrottsammler sind wir. Yeah. Geiles Bild. Guck mal. Wie der explodiert. Geil. Schön. 61, 67, 7, 1, 2, 3. Ja, passt doch. Eda hat drei Gelbe. Ja, liebe Freunde. Dann warst du es auch schon wieder für den Part hier. Wir haben einen Stern, zwei Sterne. Das war's schon. Ach so, ich bin gerade im Sternladen. Ich will auch gucken. Weißsterne. Ja, das andere ist ja auch auf Schwermeister. Schwer, ohne Leben zu verlieren. Ach so, ja, passt. Und ja. Mir gefallen ist auch geil. Dann sind wir so weit. Der Part ist beendet. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten wieder. Und ciao. 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 Ciao.